Pädding wir dürfen nicht das Portal verlieren so mach ich schnell einen Waypoint kurze Frage äh oder kurz gefragt wieso wir hier im Niedersen ganz einfach ich brauch das ich brauch das Quarz um ähm hier meine Anlage zu machen also dem Duplikator warum weil ich dafür die Comparator brauche und was sind Comparator das sind doch diese neuen Redstone Dinger da und was sind diese Dinger die zwei neue Eingänge äh die wo zwei Eingänge haben und einen Ausgang oh ist da ein Mini Zombie Pigman wieso nicht ein Mini Zombie Pigman gibt ja auch Mini Zombies ja wie das Ding ausschaut so wie du halt die Schnauze haben wir nicht gesehen alles gut doch ich bin da vorhin auch vorbeigekommen äh den verstehe ich jetzt nicht welchen du bist vorhin auch vorbeigekommen was ja an dem Mini Zombie bin ich vorhin auch vorbeigekommen weil du gesagt hast das sieht hässlich aus ja also ich äh ich meinte aber nicht ach so ja du siehst auch hässlich aus es ist eben sagt ja du sie hast mich noch nie gesehen also so ich glaube das reicht ich kann wieder rausgehen wieviel hast du? ein Stack und 6 da bin ich noch nicht ganz dran ich hab 27 ich geh schon mal zurück naja mach das ich sammle auch noch ein paar es kann sein dass wir unser Portal drehen müssen drehen müssen wir das? ja warum ist das nicht drehen? weil das mit dem Duplikator nur funktioniert wenn das in eine bestimmte Richtung geht jetzt ist ein jetzt ist hier ein Zombie Pigment bei uns in der richtigen das ist doch geil bock ich den also ich hab's im ne dann sind alle im Netto auch wühlen nein doch nein woher willst du wissen? dass ich das ausprobiert hab echtes? ja ja das sagst du jetzt bloß so wenn du dich auch im Netto schlägst und ein paar äh dann weiter äh gehst du da weiter fliegst du auch nicht mehr so auf dich ja dann aber du musst ja erstmal wegkommen aber das Nether ist ja was anderes wie die äh Ding die normale Welt rafk ist doch sowieso nicht ach besser wie ich ja was jahrelange Mannkraft-Erfahrung Junge ja ich auch nicht so warte wie baut man jetzt die Dinger nochmal ja siehste fängt schon an ja unten Stein dann so so oben links und rechts reichen 6 muss ich mal kurz im Video gucken ah du hast jetzt nicht selber ausgedacht du böder Lump nein habe ich ja vorhin auch gesehen habe ich vorhin schon gesagt hast du gar nicht doch äh wie baut man wie baut man ein dropper ein dropper baut man mit 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 ähm 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 komm wie ging das nochmal wait äh ähm ähm ich hab's gleich ich hab's gleich ich hab's gleich ich hab's gleich äh 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 wie ne wie 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 ein Ofen nur halt eben unten kommt Redstone hin und das ist der mittlere äh 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 ähm okay ich brauch davon kein Ofen warte warte du hast wie ein Ofen nur unten das mittlere mit Redstone ja das ist ein äh ein Spender ich brauch einen Werfer wo ist der dropper das ist das gleiche äh ne stimmt ne stimmt ich brauch den ich brauch den ja das ist alles in Ordnung mein Gott äh zwei Stück ähm ähm nichts aber man merkt's ich baum jetzt mal ich baum jetzt ein Altar warum brauchst du dir ein Altar wo sind jetzt meine Steine hin aus der Steine meine Steine sind weg ah ne soo haben wir mittlerweile schon Verzauberungs-Tisch irgendwo stehen nee den hat immer noch drissen MAAAN wir brauchen ja gleich noch ein eigener ohne Witz pinkeln langsam an so ich hoffe es reicht und glaube ich den jetzt 10 ooooh wo man es nether schweiz trägt scheiße da brauche ich auch noch ein comparator netherrots netherrots doch hier warte ich geb dir hier mal da netherrots hier hinten sind ja noch genug kichten oben wir haben oben noch einen stockwert g ich brauche es dann außen die schilder da ein schild um dann bringe ich noch sechs trichter sechs trichter netherrots so ich bin ich stolz auf mich alles klar brauche ich sonst noch irgendwas zwei kichten scheiße ich brauche die diamant hacke modrici ohne spaß jetzt wir brauchen deine dias ne weißt warum ich brauche du hast ja vier dias das sind fünf stück drinnen echtes oh lol ja ok dann brauchen wir es nicht ich hätte ja nachher so viele machen können wie du willst ja ich hole meine warte 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 komm mal her ne ne ich hab's schon ich hab's schon gemacht du brauchst du dich holen das warte ich kann ich mir selber machen okay warum steht per die afg rum au deswegen ha 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 an und so gut getroffen ich habe mich um 180 Grad getreten und dann gleich geschossen echtes das ist scharf äh folge Kiste Da ist ein Creeper! Da ist ein Creeper! ja und es interessiert mich aber nicht wo steh hin? der Creeper ist jetzt im Nähtor! Willst du mich verarschen? er ist doch geil wo ist der Creeper? weg von hier! weg von hier! hier ist ein Gast! AHHHHH! schön hä? wie ist der da? Thomas! nö ich habe keinen Schimmer wo der Gast ist! was? pfff das hab ich das Jocko werde da unten AUH! du kannst ja die Feuerbälle zurückschlagen gell? ach nö leck mir doch ich brenne ich brenne ich brenne ganz schlecht hallo hörst du mal auf zu brennen danke hallo hörst du mal auf zu brennen danke so jetzt gucke ich mal das Video an weil das Portal muss nämlich in eine bestimmte Richtung gucken ich bin immer noch mal außen oh AHHHHH! AUA! 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 ALTER! der Gas schießt auf mich ich höre Zombies aber ich weiß nicht wo sie sind jawoll AHHHHH! ich brenne warum brenne ich denn schon wieder? oh 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 weil du nichts kannst ich muss zurück ich muss zurück ich muss zurück oh 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 NEIN NEIN oh Gott sei dank alter la 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 ok ich muss gucken in welche Richtung Juck mich doch nicht la 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 Oh, es sieht aus, dass die Kamm zerbricht. Yeah!